Wir haben dieses ungläubige Beispiel entführt. Sollten unsere Forderungen nicht erfüllt werden, wird sie von uns hingerichtet. Die Kamikaze Zelle, Zanz of Tarantula fordert. Denn sofort beginnt Abzug aller Staats- und Sicherheitsorgane aus diesem Land. Und die Freilassung aller politischen Inhaftierter, egal welcher Gesinnung. Wir sind zu allem bereit. Gott ist mit uns. Alle auch. Buddha auch. Und die Achme auch.